Ihr habt hier immer so einen schönen frischen Kuhfladen und da könnt ihr sehen, wie die Mistfliegen da drauf zugange sind. Also die legen die Reihe ab und dann kommen die Larven und die Lebenden im Mist. Dann kommen die Vögel und holen sich die Larven und ernähren sich davon. Ein paar bleiben natürlich über, wo wieder neue Fliegen raus werden. Und von unten kommen halt noch die Regenwürmer und sonstige Amphibien, die hier leben, unter Grund, die holen sich dann auch noch was. Und dann wächst das Gras wieder durch. Also das ist der Kreislauf. Und jeder Kuhfladen ist ein Mikroorganismus und darum ist es so wichtig, dass wir Rinder auf den Weiden haben, damit wir Insekten haben und davon wieder Vögel leben können. Also raus mit den Rindern auf die Weide.